Musik Weiter geht es jetzt mit dem Besten von Pöll TV und wir zeigen Ihnen jetzt ja, wie Sie Strom speichern können und dann auch den Strom entnehmen können mit unserem Benzingenerator und die kommen ein bisschen später in der Sendung. Aber wir starten hier erstmal mit Strom speichern und das ist ja momentan ein großes Thema. Wir alle wollen doch Geld sparen und wir bieten Ihnen hier super Produkte an, mit denen Sie wie gesagt das Sonnenlicht einfach ja ernten können und dann Ihren eigenen Strom damit machen können. Ja, es ist in aller Munde, also deutschlandweit. Wir sehen das an unseren Bestellungen natürlich auch. Diese sogenannten Mini-PV oder Balkon-Solaranlagen, mit denen man seinen eigenen Strom erzeugt, die kosten nicht. Wie diese Solaranlagen, die auf dem Dach sind, mehr als tausend Euro, zigtausende von Euro muss man dafür bezahlen. Man muss ewig drauf warten. Freunde von mir wollten das jetzt machen. Die haben Oktober 2023 als Lieferdatum betragen. Du kriegst keine Solarpanel, du kriegst keine Handwerker. Es ist einfach eine Katastrophe und du bist dann ganz am Ende der Schlange, wenn du dich jetzt anstellst. Also es ist unübersichtlich, wann man sowas überhaupt bekommen kann. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Strom selber erzeugen können für einen Bruchteil des Preises. Und da geht es eben um diese Mini-PV oder Balkon-Solaranlagen. Das ist im Prinzip eine Anlage, die Sie selber installieren können, mit der Sie Ihren eigenen Strom machen, erzeugen von der Sonne. Das sind die Anlagen. Das, was Sie dazu bekommen, sind diese zwei Solarpanel. Wir fangen mit der 300-Watt-Anlage an. Sie bekommen diese zwei Solarpanel, sämtliche Kabel, die Sie brauchen, diesen Inverter und dann können Sie auch schon loslegen, Ihren eigenen Strom zu erzeugen. Das Prinzip ist kinderleicht und wirklich begeisternd, weil Sie nämlich den Strom, den Sie erzeugen, der hier dann rauskommt, einfach in Ihr eigenes Hausnetz einspeisen. Das geht mit einer WLAN-Steckdose, das ist der Stecker dazu. Und die WLAN-Steckdose, die müssen Sie einfach, da wechseln Sie einfach eine Schuko-Steckdose, die Sie bei sich haben, aus, bringen die andere rein. Das müssen Sie von einem Fachmann wassen lassen, das müssen wir Ihnen sagen. Und dann geht es auch schon los. Hier sehen wir die beiden Solarpanel mal angebracht auf so einem Gartenhäuschen zum Beispiel. Da kriegen Sie dann die zwei Solarpanel, das Kabel, den Inverter, der wandelt diesen Strom, der vom Solarpanel kommt, um in Wechselstrom und den stecken Sie dann einfach bei sich in Ihr Hausnetz rein. Ihr Haus, und das ist ein physikalisches Phänomen meiner Meinung nach, ein physikalisches Wunder. Auf jeden Fall, ja. Dass dieser Strom dann zuerst genommen wird. Dann wird also die Geräte sehen, dieser Strom ist näher dran, der ist sauberer, der ist cleaner, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Den benutze ich erst mal zuerst. Und erst, wenn ich da drüber gehe, über diese 300 Watt, die hier rauskommen, dann nehme ich den Strom von meinem Stromanbieter. Und im Moment ist Strom sehr, sehr teuer. Und das ist sie, wenn man sich die Preiskurve anguckt, geht die auch nur in eine Richtung leider, nach oben nämlich. Das heißt, jedes Kilowatt, jede Kilowattstunde, die Sie hier aus dieser Anlage rauskriegen, geht nicht auf Ihre Stromrechnung, sondern wird eben hier verbraucht. Wow, guck mal, wirklich. Das ist ja unglaublich, oder? Auf jeden Fall, hier sehen wir es. Und momentan sind wir bei 41 Cent pro Kilowattstunde. Ja, das sind schon Beträge hier. Und wenn man das eben abfedern kann, mit so einer Balkon-Solaranlage, was so viele Leute machen. Ich meine, man kann ja jedes politische Magazin im Moment angucken, jedes Morgenmagazin. Es wird immer über diese Balkon-Solaranlagen berichtet, wo es eben auch noch sehr schwer ist, die überhaupt zu kriegen. Wir haben es in wenigen Wochen lieferbar, das sehen Sie auch gleich. Also nochmal, Sie kriegen die Solarpanel, die Kabel, den Inverter und müssen alles nur installieren und zusammenstecken. Das ist mal so ein schönes Projekt, was man mal an einem Samstag machen kann, vielleicht mit dem Schwiegersohn zusammen. Zu zweit sollte das in ein paar Stunden erledigt sein. Einfach die auf dem Dach anbringen hier bei uns in der Garage. Ist das deine Garage, die haben? Ja, klar. Ich sehe dein Auto da drin. Und mein Fahrrad daneben. Und ganz viele Fahrräder. Für jeden Wochentag eins. Ja. Ja, aber jetzt mal ein Scherz beiseite. Das können Sie natürlich auch bei sich auf dem Balkon anbringen. Deswegen heißen die ja auch Balkon-Solaranlagen. Und das ist jetzt eine ziemlich kleine Fläche, auf der das eben zu machen ist. Sie sehen das hier. Das sind die beiden Solarpanel, die Sie anbringen können. Und dann kriegen Sie eben hier raus 220 Volt, 300 Watt, bis zu 300 Watt an Strom. Je nachdem, wo Sie liegen in Deutschland, wie die Sonneneinstrahlung ist. Und das ist jetzt natürlich nur tagsüber. Abends ist es dunkel, da wird diese Anlage nichts speisen. Aber schon tagsüber alleine sind so viele Geräte ständig bei Ihnen zu Hause an. Diana, was ist bei dir im Moment? Du bist ja jetzt hier. Ja. Was läuft bei dir jetzt zu Hause gerade? Ich glaube, Kühlschrank auf jeden Fall. Kühlschrank? Kühlschrank. Dann, ich glaube, diese Stand-by-Sachen. Alles, was Stand-by ist, genau. Ja, zum Beispiel Mikrowelle, Fenster, ich glaube, Router auch. Ja. Also viele Sachen, ich glaube, wenn du musst das denken. Ja. Und alles nimmt Strom, ne? Ja, das kostet... Und ich zahle. Ja, und du zahlst es jetzt hier, obwohl du es gar nicht benutzt, ne? So einen Kühlschrank alleine, der braucht ja, also wir haben mal so einen Kühlschrank gemessen hier, der brauchte bei uns 150 Watt in der Stunde. Sie kriegen hier 300 Watt, bis zu 300 Watt raus und damit ist schon mal der Kühlschrank gedeckt zum Beispiel. Da zahlen Sie dann nichts für, weil Sie das ganz einfach selber erzeugt haben. Nochmal, Sie kriegen alles, was Sie brauchen dazu, alles, was Sie noch machen müssen, ist hier von einem Fachmann, vielleicht kennen Sie auch jemanden in der Bekanntschaft, der das machen kann, eine Schuko-Steckdose auswechseln in diesen WLAN-Stecker. Hier sehen wir den mal. Das hat Sicherheitsgründe, dass wir hier einen WLAN-Stecker nehmen. Und dann wird in dem Moment, wo ich dieses Kabel hier, wo ich das Kabel meines Inverters einfach hier reinstecke, in dem Moment erzeuge ich meinen eigenen Strom. Ich finde das Prinzip so unglaublich, dass das überhaupt geht, dass man einfach stromend bei sich eben in die Steckdose steckt und dass die Steckdose diesen Strom erstmal akzeptiert und dann mein ganzes Haus, meine ganze Wohnung diesen Strom zuerst benutzt und erst dann den teuren Strom meines Energieversorgers eben benutzt. Und das läppert sich natürlich. Wir haben mal so eine Beispielrechnung gemacht, für Deutschland wohlgemerkt, da können Sie 300 Kilowattstunden im Jahr sparen. Und das ist eine ganze Menge Geld schon mal, wenn Sie von Energiepreisen von so 40 Cent im Moment ausgehen, dann läppert sich das und Sie kriegen das relativ schnell wieder raus, so eine Anlage, die Anschaffungskosten. Sie werden übrigens auch, viele Gemeinden in Deutschland unterstützen Sie beim Kauf dieser Solaranlagen, müssen Sie mal bei sich gucken, also verschiedene Kreise und Städte unterstützen das dann eben. Hier sehen wir mal, welche Städte das machen, da haben wir so einen Artikel gefunden und das ist dann schon beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. 400 Euro gibt es in der Stadt Braunschweig zum Beispiel dafür. Ja, übernimmt. Und 400 Euro, das ist doch schon mal super. Ja, und dann kostet die Anlage eben nicht 664,99 Euro, was schon ein super Preis ist, sondern nur noch 264,99 Euro. Also müssen Sie mal gucken, ob das bei Ihnen in der Gemeinde auch der Fall ist, aber da kann man dann nochmal Geld sparen. Wie gesagt, es ist grüner Strom, es ist klimaneutraler CO2-freier Strom, das gibt einem nochmal ein gutes Gefühl. Sie können übrigens, die sind übrigens im WLAN eingebunden, wir haben hier an der Seite so eine kleine Antenne dran. Damit können Sie sich mit Ihrem Handy verbinden und dann sehen Sie auf Ihrem Handy, wie viel Strom, wie viel Geld und zwar auf Euro und Cent, wenn Sie Ihren Strompreis eingeben, Sie da schon gespart haben. Das ist hier, sehen wir mal so eine Screenshots von der App, das ist einfach unglaublich befriedigend, so was zu sehen, wenn man da abends mit seinen Freunden irgendwo sitzt und sagt, ach, heute habe ich mal wieder, was weiß ich, und wenn es einen Euro ist, gespart, den ich nicht an meinen Energieversorger zahlen muss, sondern eben selber erzeugt hat. Für dieses, wir nennen es mal Grundrauschen, diese Geräte, die sowieso den ganzen Tag laufen, egal ob sie zu Hause sind oder nicht, die Heizung, der Fernseher im Standby, der Computer, vielleicht haben Sie Homeoffice, dann wird Ihr Computer davon gespeist. Das ist doch irre, dass man das so einfach machen kann. Und wie gesagt, es kommt in wenigen Wochen und Sie können sich jetzt auf die Liste setzen lassen, das heißt, Sie bekommen das hier zum schnellstmöglichen Zeitpunkt. Und ich glaube, der augenblickliche Termin ist irgendwann im September, da ist es ja auch noch warm und es regnet nicht, das heißt, es ist wirklich sehr einfach anzubauen. Ja, und ich sage Ihnen gerne einmal, die Bestellnummer hier für unsere 300 Watt Balkon-Solaranlage, das ist die ZX 3137 und die 569 und wir machen auch schon weiter mit unserer 600 Watt Balkon-Solaranlage. Ja, Sie haben das hier gesehen, die 300 Watt Solaranlage braucht zwei Solarpanels, wir haben noch eine 600 Watt Anlage und da wollen wir die mal ein bisschen auseinanderziehen hier. Da haben wir nämlich vier Solarpanel, die Sie dazu bekommen hier. Die sind genauso groß und je nachdem, welche Fläche Sie zur Verfügung haben, können Sie das dann bei sich anbauen. Ich sage mal, die heißen natürlich Balkon-Solaranlagen, aber hier, die kann man auch, was weiß ich, hier auf so einem Gartenhäuschen anbringen, die kann man bei sich vorne im Carport anbringen. Also Platz ist in der kleinsten Hütte, sagt man. Die nehmen nicht so viel Platz weg hier. Sie sehen, das ist ungefähr drei Meter breit und ein Meter Höhe, die Sie da brauchen für. Und damit können Sie dann Ihren eigenen Strom erzeugen. Es ist so einfach, das selber zu machen und spart Ihnen Geld und dann brauchen Sie eben nicht für Ihren Strom, an Ihren Stromanbieter, diese horrenden Summen zu bezahlen, von denen wir im Moment sprechen. Ja, das klingt hier wie ein Traum und dieser Traum, der wird einfach wahr. Sie können hier einfach das Sonnenlicht benutzen, um Ihren eigenen Strom zu produzieren. Und ich finde das so klasse. Sie müssen es natürlich jetzt vorbestellen, aber dann Mitte September ist es auch schon soweit und dann haben Sie hier Ihre Balkon-Solaranlage bei sich und können dann, wie gesagt, einfach jeden Tag Strom sparen. Und das können Sie auch noch im Handy nachschauen. Also ich finde praktischer geht es gar nicht und ich bin richtig begeistert. Ja, ich meine, du hast einen Balkon, du hast auch einen Balkon, ne? Da ist das wirklich sehr, sehr einfach anzubauen. Wie gesagt, nehmen Sie sich einen Samstag mal Zeit, suchen Sie sich irgendjemanden, mit dem Sie das machen können, ob das Ihr Schwiegersohn, Ihr Bruder, irgendein Kumpel ist. Die sind einfach anzubauen. Wir zeigen Ihnen gleich auch noch Halterungen für diese Solarpanel, speziell für diese Solarpanel übrigens, da brauchen Sie nicht lange rumzusuchen. Und dann ist das mal erledigt hier. So eine Garage einfach mit Solarmodulen ausstatten und seinen eigenen Strom erzeugen. Ja, und Sie bestellen die 600 Watt Balkon-Solaranlage jetzt vor mit der ZX3138 und der 569. Und dann ist es auch Ende September schon soweit und dann bekommen Sie die nach Hause geliefert. Und das zu unserem TV-Sonderpreis von 1139,99 Euro. Die kommt natürlich dann versandkostenfrei zu Ihnen. Also seien Sie clever und sichern Sie sich jetzt, Ihre 600 Watt Balkon-Solaranlage. Und das zu unserem TV-Sonderpreis. Also jetzt am besten zum Telefonhörer greifen und bestellen. Es macht einfach Spaß, seinen eigenen Strom zu erzeugen. Und das geht hiermit. Man kann seinen eigenen Strom erzeugen und damit die Stromkosten runterbringen. Einfach mal weniger an den Energieversorger bezahlen. Wir hören also wirklich horrende Zahlen, was wir mit der Endabrechnung und der nächsten Stromrechnung alles bezahlen müssen. Das vervielfacht sich im Gegensatz zum letzten Jahr. Und da hilft jeder einzelne Cent. Und man fühlt sich ausgesprochen gut, wenn man das eben auch noch klimaneutral gemacht hat. Da hast du recht. Und weiter geht es jetzt mit einer größeren Anlage. Wir sind nämlich hier bei 1300 Watt. Die steht hier neben uns. Größer ist leicht untertrieben. Das ist ja wirklich schon fast wie so eine Dach. XXL. Ja, aber die liefert Ihnen dann eben auch diese Energie. 1300 Watt. Das ist richtig viel Strom, die diese Anlage hier Ihnen in Spitzenzeiten besorgen kann. Wenn die Sonne nicht scheint, wenn es bewölkt ist, dann sind es vielleicht nicht 1300 Watt. Dann sind es nur noch 400, 500, 600 Watt. Aber auch damit sparen Sie richtiges Geld. Das ist die Anlage. Es ist genau das gleiche Prinzip. Auch hier haben Sie wieder diese WLAN-Verbindung. Das heißt, Sie können auf der App jederzeit sehen, wie viel Euro, wie viel Cent ich gespart habe. Hier ganz einfach. Die würde ich also auch auf dem Dach anbauen. Vielleicht haben Sie einen riesengroßen Balkon oder eine riesengroße Veranda, wo Sie das anbringen können. Aber es geht darum, dass Sie alles dazu bekommen. Alles, was Sie noch machen müssen, ist diese WLAN-Steckdose eben installieren lassen. Am besten von einem Fachmann. Am besten von einem Fachmann. Und damit erzeugen Sie Ihren eigenen Strom. Einfach in die Steckdose reinstecken. Und in dem Moment siehst du auf deiner App schon, jetzt kriege ich schon mal hier, was weiß ich, 4, 5, 6, 7, 800 Watt. So ein tolles Gefühl, dass man das Richtige tut hiermit. Und eben das ganze Geld, was man spart. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das super praktisch. Und auch hier müssen Sie es natürlich jetzt vorbestellen. Aber dann ist es auch schon im September soweit. Und ich sage Ihnen gerne einmal, die Bestellnummer hier für unsere 1.300 Watt Balkonsolaranlage. Das ist die ZX 3146 und die 569. Und ja, das ist auch einfach klasse. Dann hat man seinen eigenen Strom. Ja, ich meine, als wir das hier aufgebaut haben, das sah so imposant aus, was man hier eben bekommt. Und nochmal, Sie bekommen es von uns geliefert. Sie müssen es also auch nicht nirgendwo abholen. Es kommt versandkostenfrei zu Ihnen. Und dann können Sie schon loslegen und Ihre eigene Solaranlage einbauen bei sich. Genau. Greifen Sie jetzt zum Hörer und bestellen Sie sich vor. Und dann ist es im November schon soweit. Und dann können Sie einfach auch jeden Tag auf Ihr Handy schauen, wenn Sie diese Anlage angebracht haben. Und sich freuen, wie viel Sie gespart haben. Weil das ist doch einfach ein gutes Gefühl. Und das macht doch auch einfach dann Freude. Ja, es macht Freude, dass man eben Strom selber erzeugt. Also für den Geldbeutel. Aber natürlich auch, weil man grünen Strom erzeugt, mit dem man dann eben seine eigene Stromrechnung abfedert. Darum geht es. Wir haben vorhin gesagt, wir helfen Ihnen auch die anzubringen. Wir haben hier ein bohrfreies Montageset. Das ist für alle unsere Solarpanels, die wir Ihnen eben gezeigt haben, passt das. Das ist unglaublich einfach, die da einzuspannen. Und dann machen Sie einfach diese Halterung noch an Ihrem Dach, an Ihrem Balkon, an Ihrem Carport, egal wo, an. Und damit ist es dann richtig wetterfest angebracht. Da kann auch schon mal ein Windstoß kommen. Die sind richtig super in weiß. Sieht auch sehr, sehr elegant aus. Da bieten wir Ihnen zwei Sets ein. Wir haben ja einmal das Zweier-Set für zwei Solarpanel. Die werden einfach da reingelegt. Das passt 100 Prozent für all unsere Solarpanel. Und damit haben Sie die dann angebracht und können Ihren eigenen Strom erzeugen. Sehr, sehr gutes Material hier. Das ist richtig harter Kunststoff, der eben absolut wetterfest dabei noch ist. Ja, und das auch noch zu einem wahnsinnig guten TV-Sonderpreis hier. Unser Zweier-Montageset mit der ZX 32.02569 für 35,14 Euro. Ja, das kann man sich doch einfach mal so dazu bestellen. Weil da muss man da nicht irgendwie Angst haben, dass es vom Balkon fällt, weil hiermit hat man einfach die Sicherheit. Ja, man hat die Sicherheit. Und vor allem, es passt für unsere Solarzellen. Da brauchen Sie also nicht groß rumzushoppen. Das ist das Beste, was wir Ihnen hier anbieten können, hier für unsere Solarzellen, damit Sie die sicher anbringen können. Wie gesagt, je nachdem, wie viele Solarzellen Sie haben. Für zwei Solarzellen reicht dieses Zweier-Pack hier für 35,14 Euro. Das kommt dann alles zusammen und Sie können loslegen und Ihr eigenes Solarkraftwerk an Ihr Dach bauen, an Ihren Balkon, an Ihren Carport, an Ihre Garage, egal wo. Einfach in die Steckdose stecken und Sie erzeugen Ihren eigenen Strom. Ja, ich sage Ihnen gerne noch einmal die Bestellnummer hier für unser Zweier-Montageset. Das ist die ZX 3202 und die 569. Und das Ganze haben wir auch noch als Vierer-Set. Ja, als Vierer-Set. Wenn Sie die 600-Watt-Solaranlage nehmen mit den vier Solarpanels oder hier unsere riesengroße 1300-Watt-Mini-PV-Anlage, dann bestellen Sie sich bitte das Vierer-Set. Dann bekommen Sie vier dieser Sets, mit denen Sie vier Solarpanels anbringen können. Absolut fest und es ist wirklich sehr, sehr einfach. Nochmal, ich würde dafür einfach mal einen Samstag opfern und dann können Sie hier Ihren eigenen Strom erzeugen. Ja, und unser Vierer-Set mit der 3203 und der 569 bestellen für 66,49 Euro. Also da muss man gar nicht lang überlegen, sondern einfach mit in den Warenkorb nehmen. Weil das ist doch einfach wirklich praktisch. Du hast es gesagt, es passt auch. Man ist sich sicher. Und das hält dann auch alles ganz gut. Ja, es ist halt, weißt du, ich finde das Prinzip, dass man sich selber seinen Solarstrom machen kann. Das kann man sich selber zusammenbauen. Bis auf die WLAN-Steckdose, die müssen Sie halt von einem Fachmann oder einem Bekannten, der sich auskennt mit Strom, einfach die Schuko-Steckdose raus und diese WLAN-Steckdose rein. Damit erzeugt man seinen eigenen Strom, der dann eben tatsächlich die Stromkosten runterfährt für Sie. Und darum geht es hier, dass wir Ihnen helfen, Energie zu sparen, dabei natürlich auch noch grünen Strom zu erzeugen, was Sie selber machen können. Wir kommen jetzt zu etwas auch sehr, sehr Wichtigem. Da haben wir hier jetzt den zweiten Teil der Sendung für. Was ist, wenn Stromausfall bei einem ist? Stromausfall haben wir alle schon erlebt. Du hast es auch erlebt. Ja, ich glaube jetzt im März, das war Abend, das war wirklich immer noch kalt. Ich war alleine zu Hause und wirklich, das war so schrecklich, weil du hast gar nicht, du hast keine Ahnung, was musst du machen. Das ist dunkel, das ist kalt. Natürlich, du hast kein Internet, weil dein Rotor aus ist. Also wirklich schrecklich. Auf jeden Fall, wir haben diesen Generator hier und mit diesem Generator, Sie haben gar keine Angst mehr. Ja, denken Sie nicht nur an sich, denken Sie auch an Ihre Lieben. Das hier ist eine Katalogneuheit. Das ist unser Benzingenerator, der Ihnen 2600 Watt liefert. Das heißt, es ist ein Verbrennungsmotor, den Sie ganz normales Autobenzin reintun. Sie schmeißen ihn hier an der Seite an. Hier ist so ein Seil, mit dem ich das anschmeiße. Und dann kommen hier vorne 230 Volt raus an zwei Steckdosen. Und das, wie gesagt, bis zu 2600 Watt. Das ist also so viel Strom, das würde bei mir also 95, 96 Prozent aller Geräte im Haushalt abdecken. Und die kann ich jetzt weiter betreiben, wenn mal Stromausfall ist. Das ist ein sogenanntes Notstromaggregat auch. Und damit ist man eben vorbereitet, wenn mal Stromausfall sein sollte. Wir haben das letzte Woche gelesen, dass in Baden-Baden, letzte Woche war das erst oder vor zwei Wochen, von 11 Uhr abends bis 9 Uhr morgens kein Strom war. Richtig, da ging nicht mal der Notruf oder die Ampelanlage. Nicht mal der Notruf ging. Das heißt, du guckst raus aus dem Fenster, es ist alles dunkel. Keiner weiß Bescheid, was überhaupt los ist. Ja, und da springt dann eben so ein Notstromaggregat ein. Ich kann es also wirklich jedem nur empfehlen, so etwas zu haben. Hier für wenige hundert Euro bekommen Sie dieses Monster-Paket, sage ich mal. Das würde ich ganz einfach nebens Haus stellen, in der Wohnung, auf dem Balkon, egal wo Platz ist. Das ist wetterfest, also spritzwassergeschützt. Vielleicht einen kleinen Verschlacht drum bauen. Und dann liefert Ihnen dieser Generator Strom. Da passen 15 Liter ganz normales Benzin rein. Das kommt hier oben in diesen Tank rein. Sie haben auch eine Tankanzeige. Sie kriegen auch eine Tankanzeige hier. Ist auch noch drin. Und dann liefert dieser Generator für neun Stunden Strom. Egal, was Sie anschließen. Neun Stunden, hast du gesagt? Neun Stunden. Wow. Das ist also unglaublich lange. Das ist dann also von elf Uhr abends bis acht Uhr früh hättest du damit Strom gehabt in Baden-Baden. Und wenn dann acht Uhr morgens ist und du hast immer noch keinen Strom, dann tust du einfach mehr Benzin hier rein. Vielleicht einfach mit einem Benzinkanister daneben. Das ist der riesengroße Vorteil an Generatoren oder diesem speziell jeweils ein Notstromaggregat ist. Im Falle, dass Sie in Not geraten, haben Sie weiter Strom. Die ganze Straße, die ganz Baden-Baden ist ohne Strom. Sie haben Strom. Sie können weiter Ihren Kühlschrank betreiben. Sie wissen überhaupt, was los ist, weil Sie Fernsehen gucken können. Das ist doch das Fantastische. Das ist wirklich super. Und zum Beispiel auch, wenn Sie haben Kinder. Ich glaube, wenn Sie haben schon Angst, dann Kinder, das ist wirklich schrecklich. Also Sie müssen über Kinder, über Frauen denken, über Tochter. Ja, natürlich. Das ist wirklich, wenn Sie sind alleine oder die sind alleine, zum Beispiel Sie sind auf der Arbeit und natürlich gar nichts arbeitet. Wir brauchen Heizung im Winter, ja. Wir brauchen Licht. Wir brauchen heißes Wasser. Wir brauchen auch Essen. Wir müssen Kinderfoten. Unsere Haustiere vielleicht auch haben Angst. Also ich glaube, das ist wirklich einfach genial. Da haben wir diese Möglichkeit heute, diesen Generator für diesen Preis noch. Ja, überlegen Sie mal. Für diesen Preis haben Sie Sicherheit. Wenn Strom weg ist, falls mal Strom weg sein sollte. Haben Sie die Sicherheit, egal was passiert, solange Sie wollen, weiter Strom zu haben. Sie haben, wie gesagt, die Sicherheit und fühlen sich sicherer. Gerade mit Kindern und wenn Sie vielleicht andere ältere Leute noch im Haus haben. Wenn der Strom weg ist, dann sitzt man im Dunkeln, dann macht man Kerzen an. Das ist auch nochmal beängstigend, weil dann Feuer auch noch im Spiel ist. Ganz, ganz einfach. So ein Notstromaggregat. Also es ist ein Notstromaggregat. Und das sollte meiner Meinung nach jeder in Deutschland haben. Es ist immer irgendwo in Deutschland gerade Stromausfall. Das ist eine wirklich ganz beängstigende Statistik. Immer ist irgendwo in Deutschland Stromausfall. Es wird noch schlimmer werden. Es wird zu sogenannten Blackouts kommen. Hier sehen wir mal eine ganz aktuelle Karte. Guck mal, überall. Genau jetzt ist hier Stromausfall an diesen ganzen Punkten. Die Karte können Sie gerne im Internet selber nachschauen. Suchen Sie mal nach Stromausfall, ist der erste Treffer bei der Suchmaschine. Ich habe gerade mal geguckt, ob bei mir auch zu Hause, aber Gott sei Dank nicht. Ja, aber du hast es auch schon erlebt, dass bei dir Stromausfall ist. Ich habe es auch schon erlebt, ja. Das ist doch beängstigend, oder? Das macht richtig Angst, auf jeden Fall. Weil vor allem, wenn man dann angewiesen ist auf seinen Laptop, auf sein Handy, man muss einfach dann von zu Hause arbeiten. Und dann geht das alles nicht. Ja, das macht auf jeden Fall Angst. Und wenn es dann auch noch kalt ist und das warm Wasser geht nicht, ja, da würde ich mir auf jeden Fall jetzt überlegen und ganz schnell zum Hörer greifen. Weil sofort lieferbar ist hier unsere Katalog-Neuheit und das hier zu unserem TV-Sonderpreis. Ich sage Ihnen auch gerne einmal die Bestellnummer. Das ist die ZX 8240 und die 569. Und das hier, wie gesagt, für 455,99 Euro würde ich auf jeden Fall bestellen, weil dann hat man die Sicherheit. Ja, kommt Versandkosten frei zu Ihnen vor die Haustür. Sie müssen es nicht mal irgendwo abholen. Wir gucken mal hier nochmal über Blackout. Man liest es wirklich überall. Das ist sehr beunruhigend. Wir wollen Ihnen ja keine Angst machen, weil Sie sollten sich vorbereiten. Weil Blackout bedeutet großflächiger Stromausfall. Wir wechseln gerade zu den erneuerbaren Energien. Das heißt, wir gehen zu Wind- und Solarenergie über, was auch sehr richtig ist und wichtig, finde ich auch. Aber die sind natürlich nicht so zuverlässig wie die herkömmlichen Stromquellen. Und hier sehen wir es mal gerade. Droht der Winter-Blackout. Es geht los. Joe Biden ruft den Energienotstand. Das sind alles reputable Nachrichtenquellen. Also man sollte sich darauf vorbereiten. Wir haben auch noch hier dieses andere Gerät. Das ist auch ein Benzin-Inverter-Generator. Das füllen Sie auch hier oben. Ganz normal. Autobenzin rein. Werfen den hier an der Seite. Da haben wir so ein Zugseil, dass wir mit dem was anschmeißen können. Das ist aber nicht vergleichbar mit einem Rasenmäher. Das ist ein Zweitaktmotor. Hier haben wir einen Viertaktmotor drin. Hier haben wir jetzt zwei richtige Vorteile drin. Das Gehäuse ist natürlich, dadurch haben wir hier keine scharfen Kanten dran. Es kann also nichts passieren. Es ist schallisolierend. Und schauen Sie mal, es ist mobil. Sie machen sich nicht dreckig. Oh ja, auch ganz wichtig. Das sind beides Verbrennungsmotoren. Das heißt, Sie dürfen sie nicht drinnen benutzen. Natürlich. Aber den können Sie, was weiß ich, nach draußen stellen. Und wenn dann mal Stromausfall sein sollte, legen Sie einfach ein Verlängerungskabel in Ihre Wohnung. Wir bieten Ihnen das auch gleich noch an. Dieses hier liefert Ihnen 2000 Watt. Ist lieferbar. Und ich finde den großen Vorteil hiervon eben noch, dass es mobil ist. Guck mal, hier ist ein Tragegriff dran. Das kann ich auch mal mitnehmen, wenn ich irgendwo draußen eine Party mache. Also für schöne Sachen, sage ich mal. Ja, natürlich. Ich erinnere mich, mein Opa hatte einen Generator. Aber das war so ein großes Gerät. Ja, das war super laut. Das müsste du 100 Meter von Haus lassen. Ja, weil das war so. Und hier, wir haben diesen kleinen Komparkton natürlich für Blackouts. Aber auch, ich glaube, einfach für gute Sachen. Ja, das steht nicht einfach im Keller. Falls Sie haben keinen Stromfall, das ich wünsche euch. Aber natürlich passiert das nicht. Aber Sie können das jeden Tag nutzen. Das sind zum Beispiel meine Eltern. Sie haben einen großen Garten. Und mein Vater nutzt auch diesen Generator zum Beispiel zur Gartenarbeit. Ja, er muss keine Kabel noch. Diese verlängenden Kabel nehmen oder so. Und das ist auch sehr, sehr praktisch. Also wirklich ein super Gerät. Und so klein, so kompakt. Ja, wiegt nicht so viel. Und natürlich super praktisch. Super. Hier ist halt der große Vorteil auch, dass wir keinen Generator haben, sondern einen Inverter. Das heißt, er liefert den saubersten Strom, den Sie sich vorstellen können. Er ist sehr leise. Und eben hier sehen wir mal die ganzen Vorteile. Es ist sauberer Strom. Es hat geringe Lautstärke, gute Mobilität. Er ist sparsam im Verbrauch und hat weniger Emissionen als ein Generator. Das sind alles so Sachen, die machen das Gerät eben wirklich tatsächlich transportabel. Der Inverter ist hier das Highlight, dass wir eben diese ganzen Vorteile haben, die Sie hier sehen, im Gegensatz zu einem Generator. Wie gesagt, der ist sehr, sehr leise im Vergleich zu einem Generator. Und man kann ihn überall hin mitnehmen. Ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ja, und ich sage Ihnen gerne noch die Bestellnummer. Das ist die ZX8101 und die 569. Und jetzt bieten wir Ihnen natürlich noch passend dazu eine Kabeltrommel an. Und die können Sie am besten gleich mitbestellen, weil hier für 53,19 Euro, da muss man sie auf jeden Fall bestellen. Günstiger geht das ja gar nicht. Ja, egal welchen Inverter oder Generator Sie sich holen, der steht ja draußen. Das heißt, ich muss den Strom dann irgendwie nach drinnen holen. Den stellen Sie am besten daneben. Und dann, wenn Stromausfall ist oder wenn Sie den brauchen, nehmen Sie einfach Ihre Kabeltrommel nach drinnen, schließen Ihren Fernseher an, Ihren Kühlschrank, Ihren Router, Ihr Licht, Ihre Heizung. Alles können Sie hier anschließen. Und dann laufen diese Geräte weiter, auch wenn komplett der Strom ausgefallen ist. Heizung, Sie denken, Heizung brauche ich nicht, die läuft ja mit Gas oder Öl. Aber die Steuerung der Heizung läuft auch über elektrisch. Ja, und auch hier die Bestellnummer für unsere Kabeltrommel ist die NX3873 und die 569. Und hier für 53,19 Euro macht man gar nichts falsch. Am besten, wie gesagt, gleich mit dazu bestellen, weil dann können Sie gleich loslegen und Ihren eigenen Strom verwenden bei einem Stromausfall. Eine Sache wollte ich noch sagen, sowohl bei unseren Solaranlagen als auch bei unseren Generatorinvertern, die sind natürlich alle komplett sicher gegenüber Schildzungen geschützt. Die Solaranlagen sind VDE-zertifiziert, also da machen Sie alles richtig mit. Ja, jetzt sind Sie dran, greifen Sie zum Hörer unsere Telefonnummer, die 0800 51 51 und dreimal die 4 und bestellen Sie hier Ihr Liebling nach Hause, vielleicht auch unsere Balkon-Solaranlagen, weil die sind ja auch super praktisch. Und dann speichern Sie einfach Ihren eigenen Strom oder unsere Inverter-Generatoren. Ganz viel Spaß! Vielen Dank für's Zuschauen!